FC Köln. Durch Sieg auf Schalke stellt der 1. FC Köln den 1. FC Köln triumphiert auf Schalke und festigt den Platz im oberen Tabellendrittel. In einem spannenden Duell zwischen dem FC Schalke 04 und dem 1. FC Köln am vergangenen Wochenende hat der 1. FC Köln seinen Platz in der oberen Tabellenhälfte der Bundesliga gefestigt. Der 1. FC Köln, der in dieser Saison ein starkes Auftreten zeigte, konnte sich mit 3K1 durchsetzen und damit einen weiteren Schritt in Richtung eines stabilen Tabellenplatzes wagen. Das Spiel, das in der Welthins Arena stattfand, bot den Fans einen aufregenden Fußball-Nachmittag. Bereits in der ersten Halbzeit zeigte der 1. FC Köln seine Ambitionen, als ein frühzeitiges Tor den Ton angab. Hier ist der übersetzte Text auf deutsch.de. Berichten zufolge wurde der Treffer nach einer glänzenden Kombination zwischen dem Mittelfeld und dem Sturm erzielt. In der Folge stellte der Trainer des FC Köln klar, dass die Mannschaft an die vorhandenen Stärken glauben solle, was zu einer offensiven und mutigen Spielweise führte. Der Treffer zum 1-0 fiel laut den Berichten schon in der zwölften Minute, was den Spieler des Spiels, einen Kölner Stürmer, in den Mittelpunkt stellte. Medienberichten zufolge äußerte er, dass man die gute Form mit ins Spiel genommen habe und der frühe Treffer das Selbstvertrauen erheblich steigerte. Hier ist die Übersetzung des Textes auf Deutsch. Weiterhin behauptete er, dass die Mannschaft in der entscheidenden Phase des Spiels konzentriert blieb und die passendere Spielweise fand. Obwohl Schalke und Fear anfangs versuchte, den Ausgleich zu erzielen, waren die Kölner robust in der Abwehr und zeigten eine gut koordinierte Defensive. Schalkes Trainer soll nach dem Spiel festgestellt haben, dass seine Mannschaft Schwierigkeiten hatte, die Kölner Abwehr zu knacken und auch die eigenen Chancen nicht konsequent genug genutzt wurden. Nach einem weiteren Tor der Kölner sah sich das Schalker Team gezwungen, offensiver zu agieren, was zunächst den Rückstand auf 2K1 verringerte. Doch letztlich war es der 1. FC Köln, der auch das dritte Tor erzielte und damit den Endstand von 3K1 herstellte. Die Kölner Fans konnten den Sieg ausgiebig feiern und unterstützten ihr Team lautstark in der Arena. Es wird berichtet, dass die Atmosphäre besonders nach dem dritten Tor euphorisch war, was den Spielern einen zusätzlichen Schub gab. Die Bedeutung dieses Sieges für den 1. FC Köln ist nicht zu unterschätzen. Der Gewinn festigt den guten Stand der Kölner in der Bundesliga, während Schalke weiterhin mit Herausforderungen zu kämpfen hat und sich in der Tabelle verbessern möchte. Der 1. FC Köln hat mit diesem wichtigen Sieg nicht nur die eigenen Ambitionen untermauert, sondern auch ein starkes Zeichen im Kampf um die oberen Tabellenplätze gesetzt. Dies zeigen die positiven Worte des Trainers des 1. FC Köln, der nach dem Spiel betonte, wie wichtig dieser Sieg für das Team sei und dass die gesamte Mannschaft auf dem richtigen Weg ist. Mit diesem Erfolg ist der 1. FC Köln gut für die kommenden Spiele aufgestellt und kann mit Zuversicht in die nächsten Herausforderungen gehen. Die Fans blicken optimistisch auf die verbleibenden Saisonspiele und hoffen auf weitere Erfolge. Analog dazu gibt es jedoch auch die kritischen Stimmen aus Schalke, die fordern, dass sich das Team neu finden und die Fehler abstellen müsse, um in den verbleibenden Spielen der Saison besser abzuschneiden. Sonntag, 1. September 2024.